Schauspieler Horst Jansson, im Hof, liegt nach einem Treppensturz in einer Münchner Klinik. Der 88-Jährige soll eine Hirnblutung erlitten haben. Der beliebte Schauspieler soll nach einem schwerem Treppensturz in seinem Haus in Grünwald bei München ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Wie die Bild-Zeitung berichtet, erlitt Horst Jansson dabei eine Hirnblutung und brach sich die Hand. Erst vor zwei Monaten war bekannt geworden, dass der 88-Jährige einen leichten Schlaganfall hatte. Als er ins Haus kam, konnte er plötzlich nicht mehr sprechen, sagte seine Ehefrau Helga de Teller-Ruthart der Freizeit-Revue. Der Schauspieler habe sich daraufhin gut erholt, nun der nächste Schock. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Jansson in den 1970er-Jahren an der Seite von Heidi Brühl in den späten Fortsetzungen der Irmenhof-Filme, Die Zwillinge vom Immenhof, Frühling auf Immenhof, bekannt. Anfang der 1980er trat er als Horst in der Kindersendung Sesamstraße auf. Etliche Theater- und Fernsehrollen folgten. Darunter die erfolgreiche Bühnenadaption von Hemingway's Der alte Mann und das Meer. Zudem war er in internationalen Kinofilmen an der Seite von Stars wie Tony Curtis oder Charles Bronson zu sehen. Zuletzt hatte er kleine Rollen und andere in Serien wie Tatort, Soko München oder In aller Freundschaft. 2020 erschien seine Autobiografie, Der 85-Jährige, der morgens aufstand und immer noch jung war, List Verlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017